Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ich schon sagte in meinem letzten Video, mache ich heute ein Tempo Run Video. Und na, als erstes war, naja, also ich meinte ja, dass... Ups, Alter. Dass, ähm, also immer wenn wir Tempo Run 5 Leben sozusagen haben. Ja, und dann... Ah, neig für viele Kanäle nicht rauskommt später vielleicht. Aber, oh, das Geld wurde ergeben dafür wieder. Wie soll das jetzt wie... Wie soll das jetzt geben, wie ich gesagt habe? Ja, wir waren ja beim PC, also beim Laptop sozusagen Minecraft. Da habe ich versucht, ähm, das irgendwie anwiederzumachen, aber... Das ging mir da um Mobil zu tun und es ging nicht, weil ich dann... Und mein Handy aus irgendwie spüren könnte. Also, mein Handy war auf das Display und dann irgendwie... Ich bin irgendwie zu bescheiden. Oh, ich bin schon mal rot. Nein. Nein. Ja, wir geben aber keine, die haben... Also... Gerade bei Minecraft. Ähm, hier... Nicht wieder den Fehler. Okay. Blutzeri! Oh, 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 oh! Oh, weißt du, wisst ihr, wer mich will? Den, also, sagen wir mal, gerade, glaube ich, für ihn hier, diesen... Ja. Und wir gehen heute picknicken. Also, einfach so, was sehr Spaß machen wird. Oh, 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 oh. Und das zweite ist dann... Ja, ich kann nichts dafür. Weiter, weiter. Ich habe ein Video gesehen. Ein Junge macht einfach ein, keine Ahnung, so ein Nerf-Video. 165 Daumen hoch. Er hat einfach... Also, ich finde, er hat manche Sachen so nicht so cool. So benannt. Benannt, aber... Irgendwie... Keine Ahnung, er hat irgendwie... Ein bisschen, aber... ...und, würde ich lieber auf dem runterholen, aber... Ein bisschen, abwächt... dann, abwächt... Dann, abwächt... Dann, abwächt... dann, abwächt... Dann, abwächt... Ein bisschen, abwächt... und ihr kennt ihr viel füffel? Oder die Lochi oder die Jungs oder X-Breaker für Würze Ihr kennt das 10 Abonnenten oder so und 100 was noch Aufrufe sind 4x Video geguckt Also wenn du mit deinem Account einmal geguckt hast Du kannst nochmal gucken, aber dann wird es nicht bei ihnen angezeigt, dass du geguckt hast Oh, ich bin schon bei Blau Oh, ich springe über Oh, ich glaube jetzt muss ich mir einen Diamant ausgeben Blau, also bei Blau war ich noch nie so Aber ich habe es nicht so gemerkt, weil das ganze Osterhasen ist Finde ich praktisch, aber ja, bisschen so, sie könnten dies nicht so Hier, da könnten die doch einfach so ein Osterhasen machen Aber egal, das ist ja nicht mal eine Schwierere Das ist ja nicht so Das ist ja nicht so Nein Nein Wir gehen mal einen aus Da ist irgendwas passiert Komm, wir drehen hier ran Wir drehen Wir drehen Und wir kriegen Okay Sauber Nee Wir drehen No Oh, oh, oh. Oh, oh. Aber ich darf kein Video über 15 Minuten, weil da war gerade so ein bisschen. Ich will das im letzten Video, wo ich merke, dass ich mir mal über 15 Minuten über 15 Minuten. Das geht nicht bei mir. Wir müssen da immer stauern, aber ich will das wirklich stauern. Ich weiß, es ist jetzt schade, aber... Ah, ja, ich will sein in Stauern, aber... Nein! Okay, so mein letztes. Na? Ich hab schon mal viel Geld... Ich hab' mir nicht einfach gesehen. Ich hab' mir nicht einfach gesehen. Ich hab' mir einfach so... Einfach so als Video. Dann guck's mal bei Youtube. Ich hab' mir nicht gesehen. Ich hab' mir nicht gesehen. Ich hab' mir erst mal gesehen. Wo wir gestern, wollte ich euch nur sagen. Aber was ich vergessen hab' Ähm... Ich hab' einen Strike. Und meine Cousine, wir haben beide einen Strike geschafft. Und unser Cousine, naja... Er war schlecht. Und seine Schwester war auch dabei. und sie hat rückwärts einen Strike geschafft, rückwärts, also sie hat einmal gewonnen, also die erste Runde war ich erster Platz und bei der zweiten Runde war sie erster Platz aber weil ihr Bruder also ich mein Spiel so toll, es war einfach so gut naja, ich will es ihnen nicht kaufen, aber wir werden mal sehen ok Leute, das war es auch schon mit diesem Video, lasst einfach einen Daumen hoch oder ob ich weiterhin noch versuchen soll, das Minecraft Video zu machen schreibt es einfach nur in die Kommentare und lasst einen Daumen hoch